Wie nehmen Sie an der Abstimmung der Komitees teil? Sie müssen sich in das Wählerverzeichnis des Konsulats eintragen lassen, dem Sie angehören. Nur wer bis zum 3. November 2021 angemeldet ist, kann abstimmen. Aber wie kann man abstimmen? Per Korrespondenz. Nach der Antragstellung schickt das Konsulat eine Platte mit Wahlmaterial nach Hause. Sie geben Ihre Stimme gemäß den Anweisungen ab und senden Ihren Stimmzettel mit dem bereits frankierten Rückumschlag, der sogar schon im Paket enthalten ist, per Post an Ihr Konsulat zurück. Und wer kann wählen? Alle volljährigen italienischen Staatsbürger, die seit mindestens sechs Monaten ab dem Tag der Wahlen im Ausland wohnhaft und im italienischen Register eingetragen sind. Wer kann gewählt werden? Auch alle italienischen Staatsbürger, die die Voraussetzungen für die Kandidatur für die Wahlen zum Verwaltungsgericht erfüllen. Außerdem erinnern Sie daran, dass die genehmigte Karte bis zum 3. Dezember 2021 um 24 Uhr zurückgegeben werden muss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017